Lang und dunkel, kurz und blond oder gar pink. Natascha Ochsenknecht liebt es, mit ihren Haaren zu experimentieren und neue Looks auszutesten. Frei nach dem Motto, auffallen erwünscht. Nun überrascht die 53-Jährige ihre Fans auf Instagram mit einer Radikalveränderung. Da muss man glatt zweimal hinschauen. Mit langen, blonden Locken präsentiert sich Natascha selbstbewusst und sichtlich glücklich auf Instagram. Adieu kurze Haare und strenger Zopf. Willkommen sexy lange Wallemäne. Auch die Fans der Ex-Dschungel-Camperin sind absolut begeistert von der Typveränderung und finden nur herzliche Worte für Natascha. Steht dir so super. Du siehst wunderschön aus. Und mega schön ist in den Kommentaren zu lesen. So klingt pure Begeisterung. Ja, das ist aber etwas Ungewöhnliches für dich. Bleib jetzt immer so. Du bist jetzt eine ganz andere Frau. Hurra! Das positive Feedback ihrer Fans zeigt Natascha, dass sie mit ihrer neuen Frisur voll ins Schwarze getroffen hat und sich der Mut für einen neuen Look schon jetzt absolut gelohnt hat. Das positive Feedback ihrer Fans zeigt Natascha, dass sie mit ihrer neuen Frisur voll ins Schwarze getroffen hat. Das positive Feedback ihrer Fans zeigt Natascha, dass sie mit ihrer neuen Frisur voll ins Schwarze getroffen hat. Das positive Feedback ihrer Fans zeigt Natascha, dass sie mit ihrer neuen Frisur voll ins Schwarze getroffen hat.